Du bist ein... Ach verdammt Ich bin echt ein Doofi, manchmal Mann, ich werde jetzt schlafen gehen Was, ist schon dunkel? Ja Dann komme ich doch auch mal Liegst du schon? Ja, ich liege Ich sammle hier nochmal eine schöne Koppel ein und dann komme ich auch Hat ich nicht noch eine Mod drin? Was denn? Ich überlege gerade Ach, Enchantment Plus, aber Da gab es ja das Problem, dass das hier Mit dem Server nicht funktioniert, weil wir hier ja nicht Über die LAN Einstellung spielen Sondern einen richtigen Server Und deswegen funktioniert das hier nicht Guten Morgen Liebe Sorgen, seid ihr denn auch schon alle wach? Ich gehe jetzt fröhlich holzacken Gut, tu das Bringen wir was mit? Nein Na gut, ich brauche auch nichts Alter, meine Nase juckt gerade Äh, nur, also Äh, äh Ach egal Hm So, jetzt rein damit Und rein damit Und rein Und raus Verdammt, ich sollte es vielleicht mal schnell dicht bauen Hier, bevor jemand reinfällt Es soll ja vorkommen Mir wird das nicht passieren Ja, deinem Hund auch nicht, ne? Ein Hühnchen Schon wieder Jetzt ist es tot Ey, du bist ein Killer 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 Instinct Hm, den habe ich Ja, klar So, tut mir leid, wenn es hier gerade ein bisschen dauert Hat jemand auf die Uhr geguckt, als wir angefangen haben? Nein, wieder nicht Das macht ja nie jemand Ja, wir sind immer richtig gut vorbereitet Wir sind so professionell vorbereitet Hm So, das war super hier unten Jetzt können wir auch die doofe Fackel wegbasteln Ja, geht schon, oder? Geht schon Ja Ja Gut, es kommt der Bullshit hier noch weg Mein Bullshit-Detektor hat angeschlagen Dabei bin ich gar nicht in der Nähe Na, komisch, ne? Na, na, na Jetzt komme ich Oh, Ding-Ding-Ding-Ding-Ding Da war es wieder Aua Der Baum ist im Weg Oh, das ist eine Spinne Dann bastel den Baum noch weg Mach ich auch Ich mach auch den von meinem Haus weg Äh, was machen wir denn für Treppen? Wir machen ganz normale Kobbeltreppen, nicht wahr? Kobeltreppen? Koblettreppen Da reichen ja eigentlich achtmal So Dann Basteln wir den Mister mal ran Ich hab doch grad Holz gehackt Ach, da ist es Nichts gesagt Zack Einmal Zack Einmal Zack Dreimal Viermal So, und jetzt hier noch Na, ist ja doof Ist ja doof Das wird ja Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich bin so ein Holzkopf Ich hätte vielleicht erstmal planen und testen sollen Dammit Ja komm, bei mir sieht es jetzt auch nicht besser aus Ja, zum Glück sehe ich nicht, wie es bei dir aussieht Sonst muss ich mich fremd schämen Guck's dir bloß nicht an Doch, ich werd's gleich machen Damit hier Der allgemeine Pöbel den Fortschritt zieht Also damit meine ich mich Oh Gott Köln Köln I love Hm, ne Findest du auch, dass Köln die schrecklichste Stadt der Welt ist? Köln ist mit die schrecklichste Stadt der Welt, ja Hey Oh, oh, oh Was ist denn hier passiert? Du hast doch schon eine Kiste Also jetzt übertreibst du es aber Warum denn? Ich mach ja gerade erst mal einen groben Ausbau Und du gehst hier schon an die Feinheiten So soll es sein Ha Ha Aber es wäre doch doof, wenn ich hier jetzt so eine Treppe hin basteln muss, oder? Wieso? Ja, es ist doof Shit Bullenkackje Ohne Witz mal Das reg dich mal nicht auf Ah, ich muss mich aber aufregen Es ist nicht gut für dein Herz Und wenn ich nur Nee, das geht auch nicht Und wenn ich Nee, das geht auch nicht Und wenn ich Nee, das geht auch nicht Und wenn du? Nee, das geht auch nicht Und wenn? Na, das geht auch nicht Ich glaub, das wird richtig eng hier unten drin Ich glaub, das wird nicht mal so gut Ich denk, das werden wir wieder zehnmal über den Haufen werfen müssen Also ich nicht Ich fang hier nicht nochmal von vorne an Ah, ich glaub ich schon Ah, ist das doof Oh, jetzt ist es wirklich doof Zeig mal Achso, nee Bleib mir bloß weg Auch wenn ich so mache Würden wir das denn am dümmsten Wenn ich so machen würde, dann Obwohl das geht, das ist gut Ich hab ne Idee Jetzt muss ich doch mal spicken, wie du das gemacht hast Was denn? Den Aufgang Achso, du hast ja Du hast ja nur Koppel hier Ich hab gekoppelt Ja, aber das mag ich eben nicht Wurf Hat da denn niemand ne Idee? Mit wem redest du? Mit dir Wieso hab ich die Mütze schon wieder nicht auf? Ja, sonst wirst du krank Je länger ich draufstarre, desto weniger Ideen kommen mir in den Kopf Dann guck da einfach bei mir rum und dann lass dich inspirieren Ja, aber du hast ja da nur gekoppelt Das bringt ja mir nix Ich mag keinen Koppel Zumindest nicht hier Außen, weiß ich Äh Und was ist das überhaupt? Was machst denn du da? Was denn? Ich weiß auch nicht Was hast du denn jetzt schon wieder? Nix Packst du hier was in meinen Kisten rein? Nee Danke für den Dirt Ja, gerne Ich hab genug davon Jetzt guck ich mir das bei dir warum an Ja, da hat sie nicht viel getan Ich will wissen, wie ich den Abstieg mache Aber ich hab halt keinen Dunst Ich zieh erstmal die Klamotten raus Vielleicht doch wieder nur Na, ich probier's jetzt einfach mal mit einer Leiter K-Auto Au Lava-Spots Dammit, ich sollte vielleicht die Leiter vielleicht vorher mitnehmen Bevor ich hier alles kaputt mach Ich hab Leiter Das ist gut Ja, willst du welche haben? Nö Ich klau mir den Koppel Da hab ich doch noch einen Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es Reichen vier? Ich glaube ja Nee, bestimmt nicht Doch mal gucken Wer weiß, wer weiß Wer weiß was Wer weiß was Wieso? Das war das Falsche Ja, stimmt Echt, ging das so? Nein, nein, nein Wie ging denn das Lied? Jetzt sing doch mal Wer wie was Ja, genau Wer sowas hat Warum Wer nicht fragt, bleibt dumm Gibt's das noch? Ist das Sesamstraße? Das ist Sesamstraße, ja Hilfe Was denn? Jetzt brauch ich doch noch eine Leiter Ich hab, ich hab, ich hab Ich hab Wieso bastelst du denn nicht unten hin? Ja, weil Nee, wir brauchen noch zwei Fuck Mach mal den Stein weg Stein weg Stein weg Den Stein Ach, dann nehm ich mir selber weg So Hä, du hast jetzt noch zwei Du hast noch drei Ich hab noch fünf Stück Na super Dankeschön Was denn? Ist da alles fertig? Jo Jetzt kommt halt hier so ein Stein hin Und hier so ein Stein Wow Und dann Könnte das vielleicht besser sein Mal gucken Erdo Erdoan Erdoan Brauchst du Erdo? Nee Ich hab ungefähr eine Million davon So Wenn wir jetzt hier ne Klappe drauf ballern Aber dann zieht's halt hier ein bisschen Knarr Knarr, 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 knarr Ich mach mal bei mir weiter Jo, mach das mal Das ist ja hier zum Heulen Ich bastel derweil mal die ein oder andere Kiste Wenn ich noch Holz hätte Hast du Holz mitgebracht? Ich hab Holz Ich hab noch zwölf Holz Ich hab echt kein einziges Holz mehr Ich geh jetzt mal großzügig Holz hacken Wofür hab ich über 130 Slabs? Das ist nicht dein Ernst Doch Deswegen war ich ja letztes Mal dafür Dass man die zusammen Also wieder zu einem großen Block machen kann Quasi craften, weißt du Das würde ja Sinn ergeben Ja, aber Wenn irgendwie keiner Bock hat das zu implementieren Dann wird's halt nix Ja, der andere Scheiß ist ja wichtiger Genau Pferde? Ja, wobei die ja ganz cool sein Aber wofür denn? Wofür brauchst du die denn? Ja, zum rumreiten, weißt du? Naja, wer's braucht Wer's braucht, wird selig Oder? Ne So, dann kloppen wir mal Das ein oder andere Stücklein Holz Und pflanzen direkt mal wieder was ein Damit wir hier nicht Damit wir hier nicht irgendwann ohne Holz dastehen Wollte ich sagen Da, ein Ei Ein Ei Aber nicht wieder in meinem Schlafzimmer verteilen, bitte Danke Ne, kommt in den Keller Gut Oh ey, das ruckelt hier Ich kann meine Maus kaum gezielt irgendwo hin bewegen Ja, nee Witzig ist das kaum Wird schon wieder dunkel, ich glaube ja Das kann doch nicht wahr sein Wir sind doch gerade erst aufgestanden Das ist halt echt so Das bedeutet ja, dass schon wieder Zeit begangen ist Zack Es wird echt schon wieder dunkel Ein Apfel Meiner Doch Ne Doch Ich kann gar nicht aufheben Ha Nein Yeah Dafür kommt jetzt aus dem einen Ei bestimmt ein Hühnchen raus Nee Nein Bitte Nein Bitte Bitte Nee Puh Doch nicht So, Bruno ist ja auch entflohen Er hat sich gedacht Nee, das mach ich nochmal mit Geh mal schlafen Ich bin schlafen Jaja Ich darf jetzt mal nach Hause gehen Sogar beim Schlafen nur 16 FPS Das ist doch Das ist doch nicht schön Nee Ich geb dir mal ein Fenster Vielleicht liegt es an der Belüftung des Raumes Das macht überhaupt keinen Sinn Äh, doch es macht Sinn Wenn der Raum zu warm ist Dann kann der PC auch nicht ordentlich kühlen Atmen Äh, der PC, der atmet Ja So, jetzt haben wir 21 Holz Das ist doch schon mal ordentlich Zack, zack, zack Dann können wir mal 8 Kisten bauen Ich hab 35 Holz So Die kann man ja stacken mittlerweile Aber das konnte man schon immer, glaube ich Ich weiß es gar nicht Ja, ich glaub schon Hey Nur Öfen konnte man nicht stacken Und Ich glaub Werkbänke und so auch nicht Aber ich bin mir nicht mehr sicher So, 1, 2, frei 1, 2, frei 1, 2 Was weißt du überhaupt? Ah, das ist doch alles doof hier Mann Hm Jetzt muss ich doch noch eins Weil du wieder nicht geplant hast Ja, ist richtig Ich muss doch noch eins weitergeben Immer dasselbe Ich schäme mich auch dafür Ich bin schon ganz rot Aber ich hoffe, jetzt kommen wir hier nicht langsam ins Wasser Das wäre ja ganz übel Ne, zum Glück nicht Zack, zack Gut Ah, das da oben können wir lassen So Das war's jetzt dann aber Ich hör dich hier doch schon buddeln Ja, hörst du mich? Ja, ich hör dich Dann kommen wir langsam näher Ich sollte hier vielleicht auch mal zum Ende kommen Ja, ich glaub auch Oh, hier ist eine Höhle in der Nähe Hm, das ist bestimmt meine Ja, ich glaub auch Jetzt hat sich das wirklich angehört Ah, ich bin so doof Aber hallo, ey So ein Trottel Habe ich dich nicht gerade gesehen? Das ist doch dein Name Und da ist einer Na, dann komm mal ran, Junkchen Ja, ich muss das mal sehen So, jetzt ist das hier auch alles ganz symmetrisch Und hier in die Mitte, weiß ich Kann man Sandstones oder so Ja, ich könnte eigentlich so wie Muffi das macht, machen Damit man hier Eine gewisse Konstanz hat Ja, da muss ich auch Treppen drunter machen Und lalalalalala Na Jetzt geh ich erst mal ein bisschen Holz verkloppen Kohle, Kohle, Kohle Ich weiß noch, dass ich in Folge Zwei oder dreimal hier stand Und mich über den Fluss erfreut hab Ja, ich hab ein gutes Gedächtnis Der mächtige Fluss Er war sehr flussig So Da noch Koppel hin So, wenn die Axt ist gleich Siehste Jetzt hab ich keine Axt mehr Drum rutscht keine nach Na, super Den Baum müssen wir also noch kurz Mit der Handkantin zerlegen Gut Damn it So Was hab ich denn hier? Achso, Eisen Ähm Äh Wie macht man das jetzt mit dem Ausgang, Eingang, Ausgang? Das weiß nur Gott Hm Hab ich denn noch? Wieso hab ich denn nicht mehr? Doch, ich hab noch Klappe Die zweite